Okay, also, Leute, grüß Gott, diese Folge endet, wenn ich sterben sollte, wenn die Folge also 2 Minuten 30 geht. Das ist nicht wirklich eine neue Folge gemacht, oder? Kannst du mal bitte deinen Mund halten, wenn ich gerade aufnehme. Diese Folge endet, wenn ich sterbe, ja, wir haben Domi auch noch dabei, vielleicht finde ich den, wenn nicht, dann halt nicht. Und dann sag ich noch zuvor, dass du noch nie gestorben bist, dass du zuvor noch keine Folge aufgenommen hast. Wir haben davor noch keine Folge aufgenommen und ich bin davor auch noch nicht gestorben und nicht einmal. So, passt das jetzt, ja? Und vielleicht treffe ich ja Domi auf dem Weg, ne, aber wenn nicht, dann halt auch nicht, ne, die Folge endet, wenn ich sterbe. Warum? Warum noch eine kurze Folge vielleicht? Das ist eine gute, gute Frage gewesen, Matthias. Ja, Matthias? Die Antwort darauf ist, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit, weil ich ein Projekt geplant habe, das bald rauskommen wird. Und das zieht mir die ganze Zeit weg. Ja, ja, Leute, genau. Ja, 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 okay. Das ist ein Spoiler. Das ist kein Spoiler, dass ich, hä? Warum ist das ein Spoiler? So eine Spoiler-Trigger-Warnung davor, aber so ein richtig heftiger. Dass ich, dass ich ein Projekt warne, ist ein Spoiler, äh, Planung. Ja, aber mach bitte. Warte, mach einen Trigger-Effekt-Dings rein mit diesem, äh, Triggered. So dieses, dieses Rascheln da, weißt du, was ich meine? Das richtig fett abgeht, Alter. Wo jeder richtig Ohrenkrebs kriegt. Ja, gutes Video, ich freue mich. Das würde ich selber gerne auch machen wollen. Ja, mega. Mega. Äh, natürlich schaue ich mir sowas an, wenn alles richtig fett übersteuert. Ja, eigentlich folge. Ich denke, Alter, wenn ich jetzt keine Boxen hätte, die das regeln würden, dann würde ich mir wirklich mein Hirn wegpfeffern, ist doch geil. Oh Gott, ich glaube, ich werde eingesperrt von den zwei größten Sch... ...Wäh, Schlangen überhaupt. So, ich bin lang genug, ich kann es ins tödliche Revier gehen. Ja, ich habe ihn getotet. Nein, ins Fütte. Bitte was? Nichts, war es gut. Jetzt sind sie weiter, was bei ihm gerade abbeut. Finde ich sehr gut. Ja, ich habe jemanden getotet, wollte futtern, und dann denkt sie so, eine ganz kleine, kleine, süße Fratzi, dass der mir das klaut. Okay. Okay, Folge vorbei. Geil. Zwei Minuten. Finde ich geil. Weißt du, lebst du noch? Dann nimm halt immer auf, dann schneide ich das mit rein. Kannst du noch schnell aufnehmen? Schaffst du das in der Zeit? Kannst du kurz rauszappen? Nee, ich zappen, OBS. Ich kann... OBS würde reichen. Dein Bild würde bloß reichen. Okay. Oh Gott, ich muss aber dann irgendwo straight irgendwo hinfahren, dass ich nicht sterbe. Ja, das ist richtig. So, rauszappen, OBS öffnen. Ach, okay. Ja, bin noch dabei. Okay, okay. Okay. Bildschirmaufnahme. Let's go. So, das gibt es auch. Muss ich deine Stimme auch aufnehmen? Nee, nee. Ich habe alles von mir. Oh, nix. Ach, okay. Und meine Stimme ist auch drin, oder? Die habe ich auch. Okay, dann mache ich meine Stimme noch raus. Oh Gott, okay. Das war langste von mir, Alter. Ich war doch nur ein Ehering. Ja, bis du stirbst, dann geht's weiter jetzt. Das würde jetzt ein bisschen überlaufen. Soll ich noch Bildschirmübertragung anmachen? Nein, nein, alles super. Erzähl einmal, was abgeht. Dann will ich aber... Dann will ich die ganze Zeit auf Playagent drücken und dann sagen, die Folge endet dann, wenn ich das fünfte Mal sterbe. Ja, aber ich kann das erst mal und dann reinschneiden. Oh Gott, nein. Soll ich meine Maus? Warte, ich mache noch kurz meine Maus raus. Mauszeug aufnehmen raus. Nee, jetzt ist es doch scheinbar. Entzögerung. Ist doch komplett egal. Jetzt fallen wir fertig und fertig jetzt hier. Ja, mach... Hääääh, mach ich doch. Die Folge schadet sich doch kein Mensch an, der überhaupt leben will, ey. Oh nein. Okay, ich bin tot. Gut, tolle Folge. Echt, ist vorbei? Okay. Ja, ich bin tot. Ja, schickt mir die Aufnahme. Dankeschön. Also, na. Damit ist die Aufnahme vorbei. Tut mir leid für dieses supertolle Video. Wie gesagt, ne. Das ist in Planung. Der Trailer kommt, glaube ich, bald sogar raus. Ich glaube, das ist das nächste Video vielleicht sogar. Wenn nicht, dann kommt noch mal eine geile Slitherio-Folge mit Domi. Also dann, tschüss. Morgen. Morgen? Der kommt nicht morgen. Der ist schon geplant. Doch, die kommt morgen. Der kommt eine Woche. Nein, ich meine, die Folge. Was? Diese Folge, die kommt morgen, ja. Ja. Und dann kommt der Trailer auch noch. Nein, der kommt nicht morgen. Der Trailer kommt dann zwei Tage nach diesmal. Wieso war ich denn jetzt dabei? Was? Warum war ich jetzt dabei? Einfach so. Einfach so, als Freunde? Ja. Leck mich. Sehr, sehr, sehr. Guck mal, Leute. Tschüss.